Musik 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 Reges Treiben herrscht den ganzen Tag in und vor der Raiffeisenbank Wattens anlässlich des Weltspartags, der heuer auf stolze 90 Jahre bestehen, zurückblicken kann. Der Tag ist mir überwältigend, würde ich sagen. Wir haben die ganze Woche, jetzt schon seit Mittwoch Weltsparen, da ist auch schon ein guter Besuch gewesen und heute natürlich ist es außergewöhnlich, dass so viel los ist. Und das haben wir jetzt seit Jahren, dass so viel los ist, dass wir von den Völkern total gut umgenommen haben. Musik Musik Viel Spaß hatten die kleinen Besucher, denn heuer galt es lustige Sumsikochlöffel zu basteln und danach wurde so manches Kindergesicht in ein Fabelwesen verwandelt. Musik Wir haben das Heuer eben das erste Mal entschieden, dass wir für die Gewachsenen keine Geschenke haben. Für die Kinder haben wir natürlich auch noch Geschenke und dass wir auf regionale Produkte setzen. Und da haben wir jetzt Sachen da vom Bio auf Lumpara, der hat die Jausen da mit Speck und Wurst, dann haben wir einen Zimmermann von Fritz mit den Äpfeln, mit den Apfelsaft und Apfelmost, einen Moussack mit dem Schapeso, mit der Bierschank und einen Knappich mit den Brezeln. Und das nehmen die Leute gut um, dann können sie jausen, der Hyper im Wetter ist das ja perfekt. Musik Musik Bei einer zünftigen Jause mit Produkten aus der Region ließen es sich die Kunden des Hauses so richtig gut gehen. Musik Wir haben eine Landwirtschaft in Fritzens, das heißt da in der Region. Wir bauen da Gemüse an und produzieren auch Speck und Wurst, den wir heute da anbieten dürfen, weil die Bank ein regionales Unternehmen ist und da dürfen wir als regionale Landwirtschaft unsere Produkte als Kostproben anbieten. Musik Die vielen kleinen Kunden wurden fürs fleißige Sparen auch mit einem netten Präsent noch zusätzlich überrascht. Ja, ich habe hier viel gesparen und das meiste tue ich ins Sparkonto. Und wenn ich da wieder mal was Cooles sehe, was ich mir unbedingt kaufen möchte und ich gerade ein bisschen Geld in der Sportdose rein habe, dann tue ich das zwar raus, aber 50 Euro müssen schon rein sein für den Weltsporttag, weil ich möchte manchmal einen Pauschen kaufen. Irgendwann noch mal einen Ferrari kaufen. Einen Ferrari? Gleich große, gleich große Sachen. Ja, sicher. Sicher, wenn du denkst. Was hast du heute als Gesenkshaus gesucht? Eine Sonnenbrühe. Ein Pferd. Ein Pferd. Ein paar Reitschrumpen. Und einen zweiten Hund. Was hast du heute als Gesenkshaus gesucht? Ähm, eine Sumse und eine Rutschplatte. So wurde dieser Weltspartag wiederum ein Erlebnis-Tag für Jung und Junggebliebene in der Raiffeisenbank Wattens. Ein Pferd. 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 Untertitelung des ZDF, 2020